Die NFL-Spieler wählen einmal im Jahr ihre Top 100. Das ist jetzt das siebte Mal in Folge geschehen. Und es ist halt kein Ranking von Journalisten, kein Ranking von irgendwelchen Experten und kein Ranking von Fans. Die Spieler der NFL wählen andere Spieler der NFL und daraus ergibt sich eine Top 100-Liste. Tom Brady war dort jetzt wieder auf Platz 1, übrigens der erste Spieler jemals, der diesen Titel zweimal gewonnen hat. Einmal bereits zum Start dieser ganzen Serie 2011, jetzt das zweite Mal. Und es war erst das zweite Mal überhaupt, dass der amtierende MVP der Saison diesen Titel nicht gewonnen hat. Wer war denn auf den weiteren Plätzen so ganz oben? Nummer 1, Tom Brady, wie du es schon gesagt hast, gefolgt von Von Miller. Julio Jones auf 3 vor Antonio Brown und Carly Mack dann auf der 5. Das sind so die ersten Top 5. Man muss dazu sagen, es werden aus 902 Spielern, wird die Auswahl getroffen. Und nur Spieler, die in der kommenden Saison aktiv sind, dürfen absturmen. Ezekiel Elliott war auf Platz 7, bester Running Back. Noch vor Livian Bell auf 9 und David Johnson auf 12. Die Stats sprachen aber auch ganz klar für Livian Bell im letzten Jahr. 1631 Yards, 15 Touchdowns als Rookie. Der war da der beste Running Back noch vor Bell und David Johnson. Du hast dir die Top 100 wahrscheinlich angeschaut. Was waren deine Überraschungen dort so? Eine Überraschung für mich, es war eine Überraschung für mich, aber auch für den Spieler selber. Zum Beispiel J.J. Watt wurde auf 35 gewählt, obwohl er nur drei Spiele gemacht hat diese Saison. Und er hat auch darüber getwittert. Er hat getwittert, I played three games. This list is a joke. Also er war selber darüber überrascht und hat darüber gespottet, überhaupt in der Liste vorzukommen. Eineinhalb sechs letztes Jahr nur. Viel, viel verletzt gewesen. Man muss allerdings überlegen, wie diese Liste heißt. Die Liste heißt Top 100 Players of 2017. Also die Liste ist gar nicht darauf angelegt, welcher Spieler im letzten Jahr richtig gut war, sondern eher darauf, was sind die Topspieler im nächsten Jahr oder jetzt gerade in der NFL. Du hast selber gesagt, nur Spieler dürfen gewählt werden, die auch nächstes Jahr wieder spielen. Also Leute, die zurückgetreten sind, die dürfen da gar nicht mehr mitgewählt werden. Und J.J. Watt kann man verstehen, wenn er jetzt sagt, okay, ich habe letztes Jahr nicht gespielt. Aber davor, dass er aber auf Platz drei dieses Rankings war, ein absolutes Tier. Und wenn er fit ist, gehört er zu den Top-5-Spielern der gesamten NFL. Weitere Überraschung? Für mich zum Beispiel Matt Ryan. MVP geworden und nur auf Platz 10. Sogar Aaron Rodgers ist vor ihm im Ranking. Obwohl er halt Regular Season MVP war und sogar im Superbowl statt. Da ist es dann wieder wahrscheinlich, der letzte Eindruck zählt. Der hat den Superbowl verkackt. Und das ist so das letzte Bild, was im Kopf geblieben ist. Und deswegen wahrscheinlich nur auf Platz 10 gelandet, wohingegen Tom Brady, der die ersten vier Spiele auch verpasst hat, den Superbowl gewonnen hat und dementsprechend dann auf eins gelandet ist. Dirk Prescott auf Platz 14 als fünf-bester Quarterback. Sicherlich auch für manchen überraschend. Und meine persönliche Überraschung waren zwei verschiedene Spiele. Einmal Cam Newton. Der ist nur auf Platz 44 gelandet. Der hat das Ding im Vorjahr noch gewonnen. Auch das zeigt einfach, dass die Spieler oftmals, glaube ich, dieses Ranking auch nicht richtig interpretieren oder sich halt nur Gedanken machen über dieses Credo, was hast du zuletzt geliefert für mich? Was ja in der NFL einfach gilt. Und da war Cam Newton halt letztes Jahr nicht so gut. Davor das Jahr war er noch für die Spieler der beste Spieler in der Liga. Dieses Jahr nur auf 44. Und persönlich für mich, die Andrew Hopkins nur auf Platz gar nicht dabei. Genau, gar nicht dabei. Die Andrew Hopkins fehlte nämlich komplett. Schuld hier eindeutig der Vampir, Brock Osweiler. Das Jahr davor hat er noch 1521 Yards und elf Touchdowns geliefert. Dieses Jahr 954 Yards und nur vier Touchdowns mit Brock Osweiler an das Center. Und zack, dann fällt auch mal ein D'Andrew Hopkins komplett aus dieser Liste raus. Den habe ich nämlich lange, lange gesucht. Nicht dabei gewesen. Fun Fact übrigens, Des Bryant auf Platz 60, Erzfeind Josh Norman auf Platz 59. Oha. OBJ, der ja auch immer da so mit in die Riege zählt. Josh Norman hat ja mehrere. Erzfeind in der Liga. OBJ ist ja der andere neben Des Bryant. Der war auf Platz 8. Also weit, weit vor Des und Josh Norman. Mookie. Ja. Du bist NFL-Spieler. Ja, wäre ich gerne. NFL Network kommt zu dir und sagt, hey, Mookie, mach mal deine Top-Liste hier. Die flotten Top 5 von Mookie, der aktuellen NFL-Spieler. Ja, ich muss sagen, dass ich mit den Spielern aus der NFL konform gehe mit den ersten beiden Plätzen. Tom Brady und Von Miller sehe ich auch da ganz weit vorne. Aber dann auf 3 Matt Ryan. Denn Matt Ryan sehe ich da schon. Aber auch nicht auf 1. Aber auch nicht auf 1. Stimmt, weil Tom Brady halt einfach viel zu stark ist, viel zu stark sein wird. Und ja, deswegen nur auf 3. Und auf 4 habe ich Julio Jones und Livion Bell. Da habe ich auch einen kleinen Twist gemacht, als die anderen Spieler in der NFL, dass ich Livion Bell eher nach oben schießen lasse vor Ezekiel Elliott. Ich fand es extrem schwer, nur auf die Top 5 mich zu konzentrieren. Das sowieso. Beispielsweise Antonio Brown nicht bei mir unter den Top 5. Aaron Donald hatte ich auch lange, habe ich überdacht, ob er dabei ist. Ezekiel Elliott habe ich nicht in den Top 5 mit, kam nicht mit rein. Bei mir auf Platz 1 Tom Brady, 2 Aaron Rodgers, 3 bester Running Big David Johnson derzeit. Ich erwarte 2017 enorm viel von ihm. 4 Tyron Smith und auf 5 Carly Mack. Also ich habe auch versucht, so verschiedene Positionsgruppen da mit reinzupacken und da halt wirklich den besten Spieler aus dieser Positionsgruppe. Aber schwierig, schwierig. Auch wenn man überlegt, ich glaube, die wählen ja mal 20 Spieler oder so. Ist gar nicht so einfach. Weil du halt so viele Spiele halt auch hast und auch viele gute. Das ist richtig. Deswegen ist es ja auch die beste Football-Liga der Welt. So sieht es aus. So sieht es aus. Vielen Dank.